Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Moni-Mand-Band-Review. Gegen Doppelzirr, gooo. Genau, schon wieder. Second Age, Kane und Yamadasi auf der sandigen Schlucht. Ich hab gerade gesagt, schon wieder, aber wir haben ja jetzt den letzten Spielgang ja auch genommen, wo wir gegen Doppelzirr gespielt haben. Das waren aber auch andere. Das ist richtig, das ist richtig. Das waren zwei gute, zwei richtig gute. So, die haben ein übeles Platt gemacht, das war echt, das ist echt nicht schön gewesen, das Spiel. Ihr werdet es auch nie sehen, weil sie nicht aufgenommen haben. Höchstes Spielplay könnte man zeigen, aber nein. Hier wird nichts gezeigt. Das wird gelöscht. So, also ich bin wieder dabei, mich zu finden wieder in StarCraft. Ja, sortier die erst mal. Ich muss mich erst mal übel sortieren, also. Aber ich muss sagen, es geht eigentlich. Dafür, dass ich jetzt wie viele Monate nicht gespielt habe? Ich hab keine Ahnung. Ich hab ja auch meine 100-Tage-Trips nicht geschafft. Das hast du nicht geschafft, nein. Aber es war auch anstrengend, oder? Es war echt anstrengend. Es war zu hoch gesetzt, jetzt erst mal eine 50-Tage-Challenge gemacht. Ja, 50-Tage-Challenge habe ich geschafft. Ich habe auch 75 Tage geschafft. Aber es war dann echt zum Schluss anstrengend. Dann noch ein Hundi-Hundi dazu. Oh, ging es einfach nicht mehr. Es ging einfach nicht mehr. Es ging einfach nicht mehr. Es ging nicht mehr. Ja. Dann hatte ich keine Zeit mehr Videos machen. Exen die die Exen nicht, oder? Exen die die Exen die Exen nicht? Mhhh, nein. Keine Exen. Oh, ich hasse es. Gestens habe ich falsch entschieden. Ich habe erst geexet. Weißt du aber nicht, dass die... Die haben gar keine Exen. Nein, deshalb. Gleich gucken, ob sie einen Pool haben. Das würde so ein Assis-Pool werden. Ja. Auch gleich ein zweites Gate. Pool steht schnell. Jetzt geht er runter Exen, glaube ich. Pool steht auch fast. Ja, aber geht, glaube ich, runter Exen gerade. Ja, der kennt es ja. Da hast ja so viele Mineralien übrig. Ich werde trotzdem Doppel-Geld spielen. Muss noch abzailten. Nicht können wir dann nebenbei noch ein bisschen nerven. Ne, immer noch keine Exen. Das kann doch nicht sein, oder? Die müssen doch Exen. Ja, vielleicht Exen sie vorne, damit sie schneller die Linge vorschieben könnten. Ja, da ist die Exe, der eine zumindest. Macht er Doppel-Exe? Ne, der will die verfolgen, ne? Hast Doppel-Exe? Ne, ne, er wollte nur mal den Sunder. Oder hat er eine vorne geexet. Kann auch sein, dass er da geexet hat. Der schnell zu uns kommt. Ne, ich gucke hier jetzt. Keine Ahnung, ob der schnell zu uns kommt. Wir brauchen mehr Brust. Mach auf jeden Fall, Alter. Ich gucke hier. Ne, er hat nicht ge- Doch, er hat vorne geexet. Er hat aber keine Drohnen dran. Okay. Kommt die Linge schon, ne? Achso, du bist bei dir nicht dicht. Das ist der Nachteil, ne? Ja, das ist das Problem. Bei dieser Map. Bei mir kommen sie theoretisch nicht rein. Ich habe zwar jetzt die Queen, aber bis der Kyp vorne ist, ist Weihnachten. Hm. Also ich kann mich komplett dicht machen. Ja, die werden auch mit Boomlingen kommen, bestimmt. Ja. Das können sie ja von mir aus. Ich habe ja Roaches. Das stört mich nicht unbedingt. Ich muss sie trotzdem mit der Echse nehmen. Kommt, bei mir kommt ein Linge rein. Slowling. Hm. Ich muss ihn scouten. Ich bin safe, ich bin dicht. Gut. Komplettig gleich gemacht, jetzt. Gut. Vielleicht kann man nur wegmachen, zumachen, also aufmachen. Ist das den hier Linge? Ja. Ist das nicht viel Linge? Aber mir ist auch gleich ein Goma. Das sind Steining. Sind die Farben? Ich habe dich gleich, als wäre die von dem Gegner. Das ist voll assi. Du musst die Farben umändern. Ja. So ist besser. Aber das Problem ist, ich kenne jetzt die Farben der Gegner nicht unterscheiden. Ich muss einfach mehr. Wir kriegen gleich ein Goma. Drei Protogen. Da kamen schon Linge, jetzt wird auch umgeschwitscht. Ja, das sind drei Linge. Können wir ein Goma machen. Und mein Warpism ist auch nicht da. Na los. Oh, Jolin. Ich muss theoretisch die kritische Masche. Masche. Sprachgulasch. Die kritische Masse erreicht damit. Lodschuss. Das ist weh tut. Boomlinge ist okay. Lass mich vor, ich bin Arzt. Das sind Bublinge, ne? Nicht ein-switchen. Oh, genau reingeswitcht. Mutas. Gut. Das ist auf jeden Fall weg. Euch Arthons. Mutter-Trecke ist auf jeden Fall weg. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Jetzt habe ich nicht genug Geld für... ...die Tier, äh, für hier Arthons. Hast du Gas geklappt? Nein. Ich bin XR bauen müssen. Ist auf jeden Fall für uns teuer, aber für die auch, denke ich mal. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Und noch ein bisschen Echo geknüppelt. Ein solches Problem ist halt, dass wir... Die haben mehr Echo, ne? Die haben von der dritte. Ja, da müssen wir gleich noch dran kommen. Hast du Luft ab mehr? Ja, in der Main, ja. In der Second auch. Gut, das sind auch eigentlich schon viele Muten, ne? Na ja, ich komme. Ich kann doch erst mal Kena nachbauen, das ist das Gute, ne? Ja. Können wir mal machen. Können wir machen. Oh, die Muten haben hier vorher schon platt, also musst du auf mich warten. Ja, ich weiß nur, die Roche ist hier kaputt. Ja, da kommen wir nicht mehr rein. Was war ich? Oh, die Muten hat jetzt keine mehr, oder? Also, er kann jetzt keine, er könnte jetzt schon wieder bauen welche, wenn er so weit ist. Er muss einfach das Hauptgebäude hochdecken und den Muten bauen. Ich komme nicht rein. Ja, ich komme nicht rein. Weg. Weg. Warte, dass wir in Unsterblichen sind, glaube ich. Quatsch. Ja, baut auf jeden Fall ein Muten das nach. Ohne Ende. Ach. Wir brauchen mehr Overlords. Wir brauchen mehr Overlords. Es buggen sich alle immer nur noch ein, habe ich das Gefühl, bei dem Spiel. Na ja. Hast du Gas auf mich? Nee, gar nicht. Da kommen die Muten. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Wir brauchen mehr Vespin Gas. Und vielleicht reingehen jetzt. Wir brauchen mehr Vespin Gas. Absolut kein Gas, ey. Auch nicht. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Boah, hat er viel. Der fließt ein Muten, sonst. Was für ein Gengas. Ich auch nicht. Da stehen die Muten und Raptor. Wir werden bald Lurke bauen. Ja, die haben jetzt schon Lurke. Jetzt vorbei. Die Lurke brauchen wir nicht fighten. Ich bin locker aufsuchen. So ein Scheißer, so ein Army. Zurück bitte, Lurke. Das ist vorbei. GG. Komm mal rausgehen. Wir kriegen jetzt noch Schülm von den Sack. Oh, ich hab nur D geschrieben. Ich hab's nur D geschrieben. Ich hab's nur D geschrieben. Ja. Das ist halt. Wir rutschen bestimmt erst mal auf die A2 runter. Und dann geht's wieder hoch. Jetzt sind wir gerade. Dann haben wir eine Exe besser nehmen müssen. Gut, wir hatten noch ziemlich hohes MMR, ne? Drei Neuner. Die waren noch Meister dreimal. Naja. Wollen wir auch mal. Ja, das stimmt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Genau. Und abonnieren nicht vergessen. Tschüss. 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 Tschüss.